Probier mal, an das zu denken, was du sehr gern tust. Ich... ich glaub, ich kann ganz gut Gandalf nachmachen aus Herr der Ringe. Das ist doch schon ein Anfang. Nichts glutenfrei ist. Seit wann bist du Diabetikerin? Der Rolli lässt deinen Hals irre lang aussehen. Wollen wir Schrott kaputt schmeißen? Ja. Ich seh ganz schön hübsch aus. Was magst du? Ich... ich... Ich mag Hunde. Ich mag Katzen lieber. War ja klar. Ist doch echt merkwürdig, dass die Letzte gar nicht in der Show war. Ich guck die Kardashians. Mit meiner Mann. Wer hätte das gedacht?